Das Stirn-Design, aber auch die Stirnbehandlung mit Botulinumtoxin möchte die Patientin deshalb besonders gern bei uns haben, weil sie ein natürliches Ergebnis bevorzugt, welches die Mimik behält, aber auch zugleich die Falten reduziert. Das zeigt die Charakterstärke und die besondere Natürlichkeit und Verantwortlichkeit unsererseits, dass wir auch ein solches Ergebnis versprechen, auch dieses Versprechen auch einhalten können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017